Hallo Leute, es geht weiter mit American Mac G's Alice im Level Spiegelbild, in dem wir zuletzt neu angekommen sind. Es ist sehr bedrückend hier drinnen. Ich rüste mich mal mit dem Schläger aus. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Und dann noch dieses Pochen, dieses Bam, Bam, Bam. Was? Wer? Wer? Was ist das? Was? Ich hab keine Ahnung. Ach, er kommt schon. Oh Gott. Nicht noch einer. Wieso zwei? Warum zwei? Komm, verreckt. Komm, stirb. Stirb. Boah, scheiße. Scheiße. Boah, ich krepiere hier. Ich krepiere. Also diese Waffe reicht allemal nicht, um anscheinend diese Dinger irgendwie zu besiegen. Was nehme ich denn dann? Dann nehme ich meinen Eisstab. Dann nehme ich einfach meinen Eisstab. Okay, hier war es nicht. Ich verlaufe mich schon wieder. Da. Ja, das schadet dem, glaube ich. Ja, das ist gut. Ah, okay. Und weg ist er. Ja, der Eisstab. Okay, ich sehe schon. Der hilft besser. Wo ist der nächste? Hier war doch noch... Oh Gott, ich erschrecke mich so. Oh, wie gemein. Wie gemein du bist. Scheiße. Stirb. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nicht alle auf einmal. Nicht alle auf... Nicht alle auf einmal. Shit. Ja, brenne. Brennt alle. Mist. Oh nein, nicht auch noch der. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Boah, Alter. Alle auf einmal. Was ist hier los, ey? Scheiße, was ist hier los? Hier ist noch so ein Rad. Boah, ich werde nicht mehr hier. Das geht gar nicht. Alle auf einmal. Ja, jetzt ist meine Energie gratuti. Ich speichere erst mal. Ich finde, ich habe das ganz gut hinbekommen. Dafür, dass das so eine monster-mäßige Aktion hier war. Aber hier ist auch überall noch... Wo kommt der denn schon wieder her? Mein Eisstab ist echt der Beste irgendwie. Wo kommen die alle her? Ich laufe mal wieder hier lang. Oder war ich hier überhaupt schon? Nee, war ich nicht. Stirb! Ich hätte ja auch noch diesen Dämonenwürfel, aber irgendwie fühle ich mich gerade mit dem Eisstab wohler. Oh Gott. Was kommt hier? Gar nichts. Hallo? Da ist so eine unsichtbare Wand. Wie merkwürdig, wie... Wie merkwürdig einfach alles nur ist. Oh, jetzt fängt das Gebo mal wieder an. Ach, wo kommt der her? Wo kommen die her? Ich habe hier was gefunden. Alleingang kann widerlich sein. Spiel nicht allein. Was? Was? Ähm. Ich soll nicht alleine spielen. Was waren das jetzt für komische... Dinger? Raketen? Was auch immer. Toll, jetzt muss ich die auch noch mal alle machen. Okay, den habe ich schon mal erledigt. Brauche ich Mana oder es ist voll? Nee, es ist voll. Oder? Nee, ich habe sogar einen gebraucht. Okay. Nee, aber Leben ist voll gut. Hallo? 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 Wusste ich doch, dass ich falsch gelaufen bin irgendwie. Oh Gott, ich verirre mich total. Hä? Hier war ich doch jetzt aber schon. Genau, hier war das. Bin ich hier lang? Okay, da kommt der Nächste. Kommt hier nicht auch jetzt wieder einer? Jetzt gefriere schon. Oh, endlich. Mann, das verbraucht aber auch meinen kompletten Mana-Haushalt ein, so ein Vieh. Echt übel. Und nochmal habe ich auch keine Lust, die nochmal alles zu machen. Juhu. Das Spiel, ey, das schafft mich. So, hier ist die Uhr wieder. Okay. Dann war doch hier das Ding, was ich sammeln konnte. Na, wo kommst du her? Ach, Gott sei Dank. Ich habe ihn noch gekriegt. Komisch, dass bei dem das jetzt immer nicht ausreichte, so. So, speichern nicht vergessen. Ja. Okay, dann lasse ich den erst mal kommen. Oh, Gott sei Dank. Der ist auch hin. So. So. Keiner da? Okay, ich weiß nicht, wie gefährlich diese Waffe halt für mich selber ist Und jetzt, nachdem ich die Waffe genommen habe, speichere ich mal Dann kann mir ja nichts passieren, wenn ich jetzt irgendwie selber brennen sollte oder so Das habe ich hier noch nicht ganz mitbekommen Wie das Ding hier funktioniert Das sah aus wie so eine Wand aus Feuer Ich höre es schon wieder So, und nu? Was macht das Ding? Mist 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 daneben geschossen Ah Schnell, 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 schnell Warum Komm, wirf noch ein, wirf noch ein, wirf noch ein Nun wirf schon Nun wirf schon Wirf Gibt's doch nicht Alice, wirf 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 Wo ist mein Eisding? Wo? Oder den Du kriegst hier den Ja, genau Um Himmels Willen Um Himmels Willen Scheiße Mann, und ich dachte, ich kriege ihn noch Oh Mann Oh, wie ärgerlich Oh, ich kapiere das aber auch mit diesen Dingern hier nicht Die, die helfen mir gar nicht Und Feuern auf mich oder was? Was machen die? Oh, jetzt kommt der von hinten Ich kapiere das immer nicht Die sollen mir irgendwie helfen Aber ich merke nicht, wo Stirb Weiß nicht Irgendwie kann ich mich mit dieser neuen Waffe noch nicht so supidupi anfreunden Aber Vielleicht muss ich auch einfach nur ein bisschen üben oder so Ich weiß es nicht Boah, das Level, ey Ich weiß schon gar nicht mehr immer, ob ich jetzt zurücklaufe oder nicht Einfach mal speichern Geschafft ist ja wieder geschafft War ich jetzt hier schon? Ja, da ist doch dieses Zahnrad Es sei denn, dieses Bild Gibt's an mehreren Stellen Dann ist natürlich Pech Gut, laufe ich mal hier lang Ich glaube, das ist der richtige Weg Ich darf nur nicht immer zurücklaufen Da war ich noch nicht Das ist wirklich eine Weile Ich hoffe, das ist der richtige Weg Oh Gott sei Dank, auch den habe ich noch hinbekommen. Aber dadurch, dass ich mal so flüchte, verliere ich auch immer so die Orientierung, gerade wenn ich auf dem Weg bin. Aber ich glaube, ich muss hier lang. Ich weiß, ich muss speichern. Und ich mache es halt immer im Extra-Menü, weil das andere Speichern war ja irgendwie nischt. Okay, ganz viel Energie. Ist das gut? Ist das nicht gut? Ja, ist klar. Danke. Du kannst sofort gehen. Boah, ey. So ein Eisding brauche ich wieder, weil da... Scheiße. Jetzt kommt der andere noch gleich dazu. Nein, er hat mich eingefroren. Mist. Wenigstens habe ich den anderen besiegt. Das ist gut. So, komm. Komm zu mir. Ha, 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 ha. Es läuft ganz gut. Ich weiß nicht, was kommt. Es wäre ja echt nervig, wenn man stirbt und das alles immer nochmal, nochmal, nochmal machen muss. Komm her. Komm her. Danke. Und noch mehr Mana. Sehr gut. Dann können die mich wenigstens nicht mehr erschrecken. Okay. Okay, sind wir wieder hier... Komme ich von hier oder... Nicht. Ich habe jetzt keine Lust, im Kreis gelaufen zu sein, ganz ehrlich. Bitte nicht. Bitte lass mich nicht zurückgelaufen sein. Aber dann habe ich ganz schön viel Viecher besiegt. Trotz alledem. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin doch auch anfangs nach links gegangen, meine ich. Boah, wie verwirrend, ey. Tja. Spiegelbild. Super Level. Kann ich da denn irgendwo hinspringen und zur Uhr gehen? Einfach mal so spaßigzhalber speichern und hinspringen? Okay, ich kann hier stehen. Aber ich kann auch runterfallen. Ich glaube, da war jetzt aber nichts, was ich machen konnte. Oder kann ich da... Kann ich da irgendwas machen? Kann ich auf die Rohre? Ich kann in den Rohren gehen, aber... Ich glaube nicht, dass ich hier was machen soll. Auf der anderen Seite ist aber die Uhr. Und wenn ich da hin könnte, wäre ja auch gut eigentlich. Aber dann fällt sie runter. Ob das so richtig ist? Weil manchmal ist das Spiel auch so alt und buggy irgendwie. Dass man hier zwar landen kann, ist aber halt gar nicht dafür gedacht ist. So, ich kann das gerade schwer einschätzen. Oh, sie hält sich aber fest. Ach was. Ach was. Das kann ja kein Zufall sein, oder? Hm. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Was bringt mir das jetzt? Kann ich hier irgendwie was mit der Uhr machen? Sechs Uhr. Hallo? Hm. Kann ich hier was benutzen? Ich halte die Uhr gerade an. Hm. Ich weiß nicht. Es ist so merkwürdig, dass ich jetzt hier hin kann. Aber ich kann auch nicht auf die Wand schießen. Dann prallt der Ball zurück. Hm. Komisch eigentlich. Irgendwie komisch. Tja, ich habe keine Ahnung. Ob das hier einen Sinn hat. Ich lade einfach mal neu. Ich lade einfach mal neu. Und ja, mal gucken. Ja, nun lade mal schneller. Ich hoffe, du lädst auch das Richtige. Du Spiel, du. Mach keinen Blödsinn. Danke. Gut, waren wir bei der Uhr. Hat aber irgendwie nicht wirklich geholfen. Ich hoffe, da konnte ich jetzt nicht doch was machen. Oder soll ich hier vor einen bestimmten Spiegel mich stellen können? Hier bin ich jetzt wieder auf der anderen Seite. Aber das hat mir irgendwie nichts gebracht. Haben wir ja gerade gesehen. Hier ist auch nichts. Sieht sie sich denn überhaupt irgendwo mal selber im Spiegel? Falls ja, dann sagt es mir. Hehe. Nein, aber dann muss ich mal aufpassen. Nicht, dass das ein besonderer Spiegel dann ist. Ich glaube aber nicht. Bis jetzt habe ich mich selbst noch nicht einmal gesehen. Hm. Ob das ein Zufall ist? Ich weiß es nicht. Wenn ich da vorne jetzt mal rumgehe. Bringt mir nix. Huch, wo kommt der denn her? Wo kommst du her? Keine Ahnung, wo die immer herkommen. Ich habe echt keine Ahnung. Außen nichts. So richtig schön erschreckermäßig. Ja, Alice. So ist das hier. Hier kann ich auch nichts machen. Ich laufe doch schon wieder quasi gerade wieder zurück. Das kann doch gar nicht sein. Ich kann nur nach rechts. Hm, komisch. Sehr komisch. Ich würde aber gerne aus diesem Level auch irgendwann entfliehen dürfen. Dann gibt es immer diese Räume mit den Flammlampen hier. Aber hier auch. Ich glaube, das hat auch nicht groß was zu bedeuten. Nee. Hier ist auch nix. Sind eigentlich alle Monster jetzt mal besiegt hier in den Gängen? Oder? So, jetzt bin ich wieder eine Runde gelaufen. Kapier ich nicht. Kann ich denen wehtun? Oh, sieh mal. Da oben, da kann ich doch hin. Wie komme ich da hin? Ja, halt dich mal fest. Halt dich fest. Alice, halt dich fest. Aha. Aha. Interessant. Bin ich hier oben? Gibt es hier noch irgendwas zu tun? Da auf der anderen Seite ist auch noch was. Nee, bleibt mal da oben. Und ihr da unten, ihr Freaks, ihr lasst mich mal schön in Ruhe. Ach, jetzt bin ich in Raserei. Was bringt mir das denn? Ist doch gar nix mehr los hier. Ja. Monster Alice. Super. Hätte man mir das nicht mal gleich sagen können? Ich töte euch alle. Wie oft soll ich denn hier noch doof rumlaufen? Das ist blöd. Kann ich bei den Spiegeln irgendwas machen? Nö. Ach ja, ich weiß auch nicht. Ja, das ist ein sehr merkwürdiges Level. Ein sehr verwirrendes Level vor allem. Es ist natürlich ein Spiegellabyrinth, was einen auch verwirren soll. Und das haben sie auch ganz gut hinbekommen, würde ich sagen. Bedeutet dieses Bild irgendwas? Hm. Habe ich echt irgendwo eine Abzweigung nicht gesehen oder so? Das wäre echt merkwürdig. Wo ich doch jetzt das Gefühl habe, ich wäre schon überall lang gelaufen. Hm. Und hier sind wir wieder beim Zahnrad. Also, als ob es hier irgendwas zu tun gibt. Das werde ich nochmal ausprobieren. Dann würde ich sagen, beenden wir diesen Part im Spiegellabyrinth. Und, ähm, ja. Mal gucken, ob ich was rausbekomme. Aber was ist hier oben? Da ist so ein... Ne, das ist nur eine Lampe. Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist ja auch der einzige Ort, wo es hier so offen ist. Kann ich da irgendwo hochklettern? Kann ich da was kaputt machen? Ich werde gleich nochmal alles ausprobieren. Vielleicht kann ich ja auch hier an den Rohren irgendwie hoch oder so. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.